Hallo zusammen und willkommen zu diesem kurzen Video. Ich zeige euch heute ganz schnell, wie wir bei diesem Skoda-Schlüssel mit dem Keyless Go-System die Batterie tauschen können. Wenn zum Beispiel im Display steht, Schlüsselbatterie wechseln. Das ist ganz einfach. Was brauchen wir? Einen Schraubendreher und natürlich die passenden Batterien. In dem Fall CR2025. Aber den richtigen Artikel verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Also, wie gehen wir vor? Wir machen den Schlüssel zunächst mal auf und müssen diese Klappe hier entfernen. Man sieht es von innen. Ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Wir können hier mit dem Schraubendreher reingehen und können hier einfach ein bisschen aufhebeln. Nur ein ganz kleines Stück und den Rest können wir dann einfach mit der Hand hier abziehen. Und dann seht ihr schon, wir haben hier die Klappe und hier ist auch schon die Batterie drin. Dann ist hier auf der Seite so eine kleine Kerbe. Da können wir mit dem Schraubendreher rein und hebeln die Batterie raus. Hier seht ihr so eine Nase. Über diese Nase muss die Batterie drüber gehebelt werden. Das heißt, ein bisschen nach unten drücken und dann kommt sie auch schon, ja, ihr seht es, eine Froschbatterie. Mehr oder weniger von alleine raus und wir können sie wechseln. Ihr sollt immer darauf achten, dass ihr schaut, wie die Batterie vorderen gesessen hat. Also die Seite hier, das Plus war in dem Fall oben. Merkt euch das nur, damit ihr sie richtig rum wieder einsetzt. Und falls ihr nicht wisst, welche Batterien ihr braucht, hier steht es immer noch mal drauf. In dem Fall CR2025 und genau die habe ich auch hier. So, dann setzen wir die neue Batterie mal ein. So, dann setzen wir die Batterie wieder ein mit dem Plus-Pol nach oben. Hier drücken wir sie rein, hier runter. Sie rastet an dieser Nase ein und fertig. Jetzt können wir unsere Klappe wieder drauf machen. Das heißt, hier an der Seite klipsen das Ganze zu. Und dann lassen wir es hier oben auch wieder einrasten. So, und damit sind wir fertig. Batterie getauscht und jetzt können wir wieder stressfrei mit dem Keyless-Go-System das Auto aufschließen und starten. Das war es schon. Wie gesagt, die Batterie, die ihr braucht, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut!